hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin natürlich nach dem ticket und heute habe ja spät schon viel spaß da sind wir schon und wir schauen es mal kurz nach wie mir ein brief aus berlin ok noch ein brief aus berlin ok busch ich kann briefe ein paket oder obwohl es nur ein brief dass wir es kaufen kann ich soll gar nicht gekriegt mein 13 tag ich den auch schon geld abholen geld abholen hier habe ich schaffe nicht doch die pie ich höre hier nichts eine minute ich muss den stecker rein ich höre noch nichts da kommt gar kein sound mit nichts ok 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 da ist was gut 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 besucher oder besuchend schau mal bei stickfei rein richtig vollgestellt hier und hier ist noch weiter sie ist noch nicht ganz fertig allerdings viel weiter als ich hier ist auf bahn fährt auch in zug ok da steht da ich glaube der kann gar nicht fahren na gut wir fahren mal zurück nach hause wenn das der weg nach hause war und fangen sofort mit dem spiel an denn wir wollen das nächste kapitel abschließen super level 13 naja wir sind doch hier noch nicht mal fertig kapitel 3 ich bin noch in kapitel 3 ach ich möchte doch da gar nicht rein na gut dann machen wir den hier zuerst dann spiele ich gleich alleine den ein weiter eine schaufel ein fass schaufel muss denn hier im fass auf dem friedhof abgebrannter abgebrannte kerze ein specht ach das ist was ein kranz eine glocke ein foto und pilze zurück zur insel so ich hoffe jetzt kann ich meinen alten dingen da weiterspielen das ist ein video ok wir öffnen mal die erste truhe kaufen nein ich wollte nichts kaufen ach was drücke ich denn heute hier gerade hier werbevideo gedrückt wollen wir natürlich nicht haben ok weiter geht es da drauf ich möchte nicht den ich möchte den hier spielen geht doch möchte den letzten stern holen ok das ist wieder ein bisschen viel erst mal open schild gürtel und ein torbogen torbogen gürtel autoschild patrone ein platt die münzen lenkradhilfe früseursäule ein motorrad eine rennflagge wo war die rennflagge ein flicken nee wo war die aktentasche ja da hab ich da drauf gedrückt das war nicht da klicken aktentasche und rennflagge rennflagge wo bist du das war doch das genau das war doch ganz schwache erinnerung gerade äh die aktentasche wo ist denn die aktentasche ach da habe ich wirklich nicht gesehen ich habe sogar in die ecke geschaut aber nicht gesehen oh platz 11 das gibt es doch nicht muss besser werden so Füller Zigarre und der kahle baum ist da eine flagge schaden ist doch der schaden ach um den hals eine trüler pfeife ein schraubenschlüssel eine feder habe ich auch schon gesehen vorhin ein knopf gibt es viele knöpfe wie will ist das ach dieser knopf ja die aktentasche wieder ein gehstock und die trübe hängt da am auto okay immer noch platz guck mal wie schlecht ich bin jetzt aber konzentration goldmedaille notiz könnte das hier sein eine schrift rolle ist das hier wahrscheinlich goldmedaille schrift rolle notiz aktentasche physiosäule ein stär pillenmensch motorrad dräte dräte ein pillenfläschchen das eine brühe auf der nase ein stär eine tasche warum hat da hier so viel krimskram dräte ein fußabdruck tasche da ist die tasche es ist die dräte das ein loch boah gut gut versteckt oh noch drei runden dann schon wieder vorbei ein kompass wo ist ein kompass ein würfel torbogen da ist ein würfel ok kompass eine feder ein pillenfläschchen ein flicken eine schriftrolle ein uhrventilator mützenschirm kette plakette ventilator plakat und wieviel prozent zehn habe ich und 16 prozent gemacht immer noch zu wenig mensch danach noch zwei schau schau mal nach ein lucha wo ist der lucha da ist der lucha kopfhörer headset sehe ich gerade gar nicht vogel vogel lucha ist das der kopfhörer sehe ich tja zahlenräder aktentasche ein gehstock die leiter die uhr die drähte das pillen die brille und klingel muss die klingel muss die klingel mensch und mir voll verkackt da eine fahrer klingel am lenkrad wer macht denn so was und wieviel 20 17 irgendwie so ach ganz knapp ist ein bisschen mehr konzentration ein riss riss münzen schriftrollen haben wir das muss ja bei den klamotten irgendwo sein ok münzen schriftrollen sprungfeder da ist der riss da ist die feder da ist der gehstock da ist der flicke da ist die kette da ist die brille da ist die nummer 4 fußabdruck da ist der ventilator wo ist die nummer 4 nummer 4 schon wieder verkackt da das ist die 4 das gibt's doch nicht ganz knapp beinah hätte ich mich übertroffen beinah ok weiter jetzt letzte runde jetzt aber beinah heife hüller ach schon wieder was neues geldschein oder geldschein eh fuck 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 wo sind denn hier geldscheine füller füller pfeife spielkarte friseur pfeife 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 kette der flicke ein vorhang eine uhr auto der sitzt im auto ventilator die uhr und die klinge ich hoffe das war ein bisschen besser ich hoffe es ich war kurz vor ende aber so schlecht ich bin sprachlos 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 bin ich heute schau mal nach was da ein geschenk drin ist damit kann ich keine neue runde spielen gut dann war es das auch schon für heute warum ist meine insel so klein obwohl die geht da um noch weiter ja doch die ist doch groß egal egal kapitel 7 ich bin gerade mal mit kapitel 3 hm freischalte noch 22 sterne brauche ich ach ne du ganz kleines stück noch gut dann war es das für heute ich sage dankeschön für das zuschauen ich würde mich freuen wenn dabei nichts zu beweisert bis dann wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen mein ticket tschüss